Hallo Leute, da sind wir wieder bei Magica 2 und wie ihr seht, wir haben hier noch einen Gast bei. Hallo, wer ist denn da? Hallo, ich bin der Topix. Hallo Topix. Ja, Topix ist dabei. Wir werden heute Chaos zu dritt versuchen. Ihr seht schon, das ist nicht ganz die Stelle, wo wir aufgehört haben. Wir sind auch gerade etwas orientierungslos. Kommt das jetzt noch? Kommt das nicht? Irgendwie, wir hätten die letzte Folge nochmal angucken müssen. Wir machen einfach weiter. Mafi, leben tot. Ich leben, du tot. Ich tot. Okay, und los. Boom. Das ist halt der Overkill, aber fast schon. Warte, ich muss noch meinen Sound ein bisschen leiser drehen und gleich da hinten nochmal. Ich leben und du tot. Tobi, willst du tot machen? Okay, ich muss mich anders hinstellen. So, Tobi. Genau. Tobi tot und jetzt dahinter einfach. Nein, 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 nein. Okay, das war der erste Tod für uns. Returner. Returner. Sehr schön. Okay, Tobi, wir müssen auf da hinten zielen. Ja. Okay, und los. Schieß auf den Strahl da hinten. Nein, das klappt irgendwie nicht. Warte mal. Du warst den Weg so mal dahin. So, jetzt darf das funktionieren. Okay, wir versuchen es. Nein, das geht nicht, weil ich bin im Stein wirklich. Ja, der Stein ist im Weg. Geht mal aus dem Weg. Ich zeige euch, wie man das macht. Okay, von dort aus könnte es klappen. Mafia und jetzt hinter. Jetzt dein Tod hinter. Da bist du zu weit. Du kommst gerade so vorbei, wenn du direkt neben ihm stehst. Warte mal. Achso, dann ist der Kuwelle. Jetzt. Ja. Ja, gut. Peng. Okay. Das hat ja zum Glück überhaupt nicht lange gedauert. Irgendwie habe ich... Moment, irgendwie ist mir das Spiel gerade zu laut. Ach, das kann man natürlich hier wieder nicht einstellen. Wartet mal. Moment. Nicht erschrecken, Leute. Ich muss ganz kurz das Spiel etwas leiser machen. Deswegen bei mir gerade kein Sound. Tobi, belebst du mich mal wieder? Wie war das? W und A. W und A. Ach, W und A. So, und ansonsten. Aber nicht, wenn du nass bist. W, A und Leerzeichen. Ja, ach nee, war so rum. Sag so. Ansonsten kannst du auch einfach... Achso, doch. Du hast es auch... Ansonsten kannst du auch einfach die vier drücken wiederbeleben. Okay. Ich beobachte die Vögel. Aber wer beobachtet die Vogelbeobacht? Das sind dann wohl wir. Ich würde hier gerne noch wieder... Du wolltest... Alter, da war noch jemand. Da hat doch jemand was nach. Moment. Hör an. Da hinten ist, glaube ich, noch jemand. Oh. Aber was habt ihr denn gemacht? Dankeschön, Mafi. Stirb. Stirb. Ja, diese Gegner sind etwas nervig, finde ich. Wie war das denn? Die waren zu schlagen. Oh, scheiße. Ähm, Shift und rechte Maustaste. Shift und... Achso. Ey, rennt den hier vorbei, Krabbe. So, erstmal wiederbeleben, gedrückt. Warte, mal kurz kurz, mal gucken, was da hinten noch war. Da war noch irgendwer oder etwas. Oder es war einfach nur der Todesschrei. Ey, da hinten war noch jemand. Da kamen irgendwie drei Fragen. Ich denke, der hat gesagt, alt. In dem Busch da. Hm. Ich würde gerne nochmal rüberkommen. Ist das möglich? Nö. Ja. Lauf. Bist du übrigens nass, Mafi. Ich möchte mal weitergehen. Herr Wartrak, sie seien nass. Echt? Wo? Genau. Ey, wartet auf mich. Oh je. Ja. Wir sind einfach nur ein bisschen weiter hinten geschwohnt. Eis. Eis. Seid vereist. Sehr schön. Das macht er aber toll. Nein, ich hab so gedacht. Das macht ja gar kein Schadenrecht. Wer hat mich eingeeist? Äh, weiß ich nicht. Ja, mit den Waffen macht man hier nicht mehr so viel Schaden wie im ersten Teil. Das ist richtig. Ha! Was war denn das? Sorry, das war ich. Kann mich mal jemanden wiederbeleben. Immer so. Leben. Ja, ja. Halt mit dem Monster auf euch. Okay, das war's mit mir. Könnte jemanden mal auf die vier drücken? Ich bin einfach dankeschön. Töte es. Ja. Mit dabei. Sprechle. Ja. Was macht ihr denn hier? Moment. Was? Tobi. Nur du kannst uns wiederbeleben. Mafi. Du lebst. Du lebst mich wieder. Aber nicht im Wasser. Erst Feuer. Dankeschön. Alter. Was zur Hölle. Wo geht denn hier ab? Ah, tschuldigung. Bitte. Bitteschön. Nein, keine Witze. Witze. Blitzen. Sie ist sehr verstörend. Aber das ist nicht Dunker Dunker, oder? Nein, das ist nicht Dunker Dunker. Maffi, wiederbeleben bitte. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Maffi ist gerade am Rennen. Ich dachte, wir haben ja nichts mehr mit dem Kuchen. Das ist nicht so. Ich dachte, wir haben ja nichts mehr mit dem Kuchen. Ich dachte, wir müssen doch irgendwas finden, dass wir gegen Schildtypen. Wir haben echt nicht was wollen. Steine. Maffi, die Party hat sie hier. Alter, diese Mucke. Die ist gut. Die macht mich gerade dezent fertig. Ja, Party. Meinst du, das ist noch versteckt? Nö. You shall not pass. Alter, diese Mucke. Ähm. Ja, so mache ich. Was macht das? Das war ein Schild. Was? Das war ein Schild. Das war ein Schild. Aha. Guck mal hier. Toot. Guck mal da. Toot. Tobi hat so ein Feuerschutz gemacht. Das war schlau. Ich habe jetzt weiter. Ich habe jetzt meinen Rückenstecher noch zusätzlich mit Eis belegt. noch mehr Eisschaden. Und mal gucken, wo wir hinkommen. Aber ich glaube, wir haben den kleinen Teil einfach übersprungen. Das ist schade. Ja, das ist aber nicht schlimm. Ich habe übrigens in einem anderen letzten Mal reingeschaut und da haben wir wirklich dort bei diesem Stachelfeld noch was vergessen danach, wo wir einfach runtergesetzt wurden. Ja, natürlich haben wir da was vergessen. Wir vergessen ständig irgendwas. Ich glaube, das liegt so ein bisschen im Ding der Dinge hier einfach. Tobi? Ja? Du hast mich gerade voll geblitzt, Dings. Blitze! 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 Ist ein Oren da hinten bei euch? Ja. Ja, ja, ja. Wer kann es denn, wenn du mich nicht einfrieren würdest? Gedrücktheiten, Tobi. Auch die mittlere Maustaste gedrücktheiten zum Leben, um mehr Leben zu regänen. Achso. Ich würde einfach mal sagen, ich gehe mal nach da. Gehe ich nach da. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier irgendwas vergessen. Tobi, nicht ringsrum. Alter! Was? Ähm. Was macht es? Das wäre nett, wenn du dich in die Hüse treffen würdest. Nein. Ich? Ich. Ja, du! Geh direkt hinter mir. So. Das ist Wasser. Warte kurz, jetzt ist das Wasser. Tobi, was du wusstest? Was tut ihr? Tobi töten. Was ist das passiert? Du bist gestorben. Wer nicht? Ja. Ha! Nein! Nein! Oh, das war jetzt nicht so schlau. Aber mächtig. Nein! Moment, warum, Marfi? Warum? Ha! Verdammt, du hast ihn schneller wiederbeleben können als ich ihn. Geil! Oh, Marfi? Ja? Ja? Wir könnten Tobi töten, du, du tot, ich leben. Ah, scheiße! Ich bin nicht rausgekommen. Ich bin bald nicht immer näher geflogen. Ich sollte aber noch ausschauen nach Waffen halten. Da ist ne Waffe. Guck mal. Das ist deine alte Waffe. Das ist deine, als du gestorben bist. Was ist das? Ich höre Goblins. Was zur Hölle? Was macht die denn da? Ja, renn einfach in meinen Todesstrahl rein. Klar, du. Hast du da Leben hingebracht? Ich hab da gerade Leben hingeschossen einfach, ja. Komm, haut da jemanden Tod rein, haut da jemanden Tod rein. Ja, hab ich! Das war zu spät. Du brennst übrigens. Ich hab gebrannt. Oh, das sind die Todestypen. Wow. Ich wollte gerade, da bin ich reingefallen. Oh. Eis kann übrigens nicht. Eis kann übrigens Strahlzauber reflektieren, hab ich gerade mitbekommen. Ist das ein Fettbrand? Nein, das ist einfach nur ein Feuerschild. Hau mal Eis drauf. Ja. Na gut, gehen wir weiter. Dieses Spiel ist etwas random. Nein, nein. Warum? Weiß ich nicht. Überleg mal zu viert. Ich war nochmal die Schildwand. Leben. Ich mal Leben. Ich hau Tod rein. Alter, der hat mich gebrannt. Okay. Du, du Tod. Ich Leben. Einfach reinhauen und wegrennen. Nicht auf mich den Tod. Ich hab mich geopfert. Sehr schön. Ich hab auch gemerkt, dass es keine gute Idee war. Wie er sich selbst an ihr griffen hat. Kann mich jemand? Dankeschön. gegen die großen Kücher hilft. Auf jeden Fall Strom. okay auf jeden fall kann man noch mal diese feuerbahn machen oder das war doch schild und feuer das war was anderes ich dachte tobi meinte er dass da aber das steuerungssystem finde ich immer noch etwas nicht ganz so warte mal und wie folge ich dir naja was mich verwundert ist wenn das gleich schmilzt wirst du gleich sehen da ist diese diese komisches ding ich muss mich jetzt opfern und da drauf gehen okay da ist nichts okay irgendwas kann der steuerung im arsch der ganz wenn ihr mich nicht töten würde wir können für nichts garantieren okay das hat mich natürlich mit erwischt was habt ihr gemacht wir haben ihn getötet und hat mich dabei selber mit in die luft gesprengt moment nach oben gucken erst mal da ist was wir verpassen sowieso schon viel zu viel warum ach so dass ein das ist tobi wie er bestimmt nicht sein wird eine robbe das ist meine robbe ja hier muss noch mehr geben als nur eine robbe guck mal da oben links oben sieht man das ende der karte ja egal bei der miniatur des atlas hauptschiff mit sage und schreibe 19 großen kanonen vollständig gepanzerten rumpf kann es praktisch allem widerstehen eine overlord miniatur dieses plünderschiffes äußert vielseitig mit zwei hybriden befestigungs punkt wird einer menge kanonen ist es für die meisten aufgaben auf dem schlachtfeld geeignet ich kann doch nicht einfach nur so eine spielung sein irgendwas ist hier noch zum beispiel in der tod auch bitte feier die robbe ah schade ich würde gerne bitte zurücklaufen bevor alles schmilzt nein es schmilzt nämlich alles ach so du willst wiederbelebt werden ich muss doch sagen folgen wir meine kumpanen ich habe auch eine langsame rüstung achten da kommen gleich wieder mobs wollen wir nicht erst mal einen großen großen rum rüber schicken zum beispiel so was garantiert ich bin tot ich bin tot wir leben uns okay wöch tat wie wöch das wir das wir unseren coolen geist wie geht und was Was machst du da? Komm da raus! Nein, ich bin selber! Nein! Ich will einfach rauslaufen. Ach! Bleib uns mal wieder, Murphy. Sachträglich. Verdammt! Das war sehr gut. Das war... Im Wasser, ja natürlich. Tobi, komm zurück. Okay, was ist der Plan? Ich laufe vor, lass mich nöt und ihr haut Leben und Tod rein. Okay, ich mach Tod. Ich mach Leben, okay. Warte mal, Murphy, du machst Eis drüber? Genau. Wir sollten erst, wenn wir drüben sind. Warte mal, warte Tobi, bleib hier. Murphy lockt alles... Ich triggere das hier einfach und komme wieder zurückgerannt. Nee, nicht zurückrennen, sonst kommen die zu uns. So, weg da. So, Tobi, Leben. Tod rein, Tod rein, Tod rein. Gleich nochmal. Die sind hier, Tobi. Renne sie mal rein. Geht nicht. So, du Leben. Äh, du Tod, Tobi. Ähm. Belebt mich mal bitte wieder. Geht nicht, kann noch nicht. Tobi, du kannst immer wieder beleben. Wir sind schon wieder... Ne, wir haben unseren Geist da, glaube ich noch. Surrender. Lauf drüber, lauf drüber. Genau. Tobi, du kannst immer wieder beleben, wenn du die Kombi spammst. Geh weg von hier. Muss ich gar nicht aufladen? Aufladen? Ne, aufladen ist nur für den Shortcut. Ansonsten einfach W und A, wenn du nicht nass bist. Alter, er hat mich. Getötet. Du bist nass, Tobi. Ähm, Leute? Ja. Okay, das wird sehr... lustig. Wir müssen erstmal die ganzen kleinen loswerden. Glaubst du? Was macht der? So, Leben und Tod. So, Leben und Tod. Okay, ich Leben und Tod. So, Moment und bam. Nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe, aber wenigstens als Mavi das leben kann. gekostet verdammt ich habe gerade wieder leben und tot ich tot du leben schnell tobi leben rein leben rein leben rein schnell noch mal leben mafi tobi wer auch immer so den müssen wir jetzt auf jeden fall noch töten eben tobi du leben ich tot ich habe mich geopfert so moment wir warten jetzt mal ganz kurz hier gucken ob wir noch was bekommen von ihm anscheinend ja nicht okay dann würde ich aber sagen wir warten hier das ist nämlich eine super beendigung der beendigung ja und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder von let's play magica 2 mit noch mehr chaos und noch mehr tobi ja noch mehr tobi bis dahin und tschüss